Ich dachte, zur Feier des Tages, als dein Nummer 1 Fan heute dabei bist. Bei Germany's Next Top Model. Bist du dabei? Ah! Ja, das Intro war ein bisschen dramatisch, aber die Story heute wird auch dramatisch. Und deswegen, hi, ich bin Laura und ich erzähle euch heute die Story, in der ich bei der 17. Staffel Germany's Next Top Model dabei war und einen Tag vor Drehbeginn abreisen musste. Nicht wundern, ich habe mir mein iPad zurechtgelegt, weil ich da alle Daten aufgeschrieben habe und mir eine kleine Stichpunktliste gemacht habe, weil das so viel Input heute sein wird in dem Video. Also holt euch gerne Snacks oder Drinks oder was auch immer und dann fangen wir einfach chronologisch an, ganz am Anfang. So, das Ganze ging natürlich ganz klassisch los mit der Bewerbung und die Bewerbung habe ich am 17. Mai 2021 abgeschickt, nachdem meine Freunde mir jahrelang schon immer gesagt hatten, ich solle mich mal bei GNTM bewerben. Und ja, 2021 war es dann soweit und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, was soll schon passieren? Und habe das dann einfach abgeschickt. Und dann habe ich zu meiner Überraschung am 31. Mai eine Einladung nach Berlin bekommen, um vor Ort das GNTM-Casting-Team kennenzulernen und sozusagen wirklich ein Face-to-Face-Casting zu machen. Am 17.06. ging es dann nach Berlin zum Face-to-Face-Casting und ich habe auch meine Nummer aufgehoben, die 3098, die hatte ich hier kleben an meinem Casting-Outfit. Und genau, dann habe ich da das Casting einfach mitgemacht. Ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall habe ich sozusagen die Vorrunde gemeistert. Und dann durfte ich erst mal nach Hause fahren, weil dann hieß es, es wird jetzt einfach noch besprochen. Und es gab noch weder Zu- noch Absage so, aber Vorrunde war gemeistert so. Und wisst ihr, was das Krasseste war? Das war wahrscheinlich, dass ich die Paulina in Berlin bei dem Casting kennengelernt habe, weil sie sich auch zu der gleichen Zeit beworben hatte und wir zufälligerweise beide am selben Tag zum gleichen Zeitpunkt zum Casting eingeladen wurden. Und ich meine, ich habe ja auch nicht mit jedem da geredet, der da war, aber mit der Paulina habe ich mich dann am Ende doch noch unterhalten. Dann haben wir auch Instagram ausgetauscht untereinander und dann haben wir auch Kontakt gehalten, auch bis zur Entscheidung und jetzt auch immer noch. Das wollte ich jetzt einfach nur kurz erwähnen, aber ich werde später eh nochmal auf die Paulina zurückkommen, weil die für mich auch eine große Rolle in dem Ganzen gespielt hat. In der Zwischenzeit, als ich zurück war, habe ich auf jeden Fall viel gewartet und es gab natürlich regelmäßigen Schriftwechsel zwischen dem ProSieben-Team und mir. Unter anderem eine Mail für den Antrag für das US-Visum. Und in der Mail stand auch spezifisch, dass die Bekanntgabe bezüglich einer Zu- oder Absage Anfang Oktober erfolgen wird und nicht in Verbindung mit dem US-Visum steht. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein Home-Video gedreht, das wurde mir nämlich so aufgetragen und es hieß nämlich dann, dass Heidi sich danach die Videos anschaut und aus denen dann auswählt. Und ich blende euch hier jetzt einfach ein Clip ein und das ist die Vorstellung von meinem Home-Video. Hi, ich bin Laura und ich freue mich, dass ich euch die Woche einen kleinen Einblick in mein Leben geben kann. Ich werde euch eine Woche lang mitnehmen, immer wieder ein paar Videos machen und euch so zeigen, was in meinem Leben so passiert, was ich so mache, was meine Hobbys sind. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich dadurch ein bisschen besser kennenlernen und ja, freue mich. Übrigens gab es dann auch noch ein bisschen Stress in der Zwischenzeit, weil ich nämlich bei einer Modelagentur schon unter Vertrag war, als ich mich beworben habe. Und der Vertrag, das war eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren und die wären halt da einfach noch nicht fertig gewesen. Das wäre noch ein halbes Jahr gewesen, dann wäre der Vertrag ausgelaufen, dann hätte ich ihn ganz normal kündigen können. Dem war aber nicht so, das heißt, ich musste da auch wirklich Druck ausüben, sage ich mal, auf die Agentur, dass sie mich rauslassen, weil ich halt unbedingt bei GNTM dabei sein wollte. Das heißt, das war auch nochmal so eine psychische Belastung, weil das einfach sich auch so gezogen hat, bis das endlich mal alles wirklich beendet war, sage ich mal. Am 30.09. war es dann soweit und da hat mich mein Freund einfach mit der Neuigkeit überrascht, dass ich bei der Staffel dabei bin und ich habe euch am Anfang des Videos, also im Intro, schon einen Clip davon mit reingeschnitten und ich zeige euch hier jetzt einfach noch einen längeren. Wie man dem Clip wahrscheinlich entnehmen konnte, merkt man, dass ich keine Ahnung habe, wie ich reagieren soll. Weil ich war total überrascht und überfordert und das zeigt sich auch in meiner Reaktion. Ich meine, ich reagiere für so eine große Neuigkeit, sage ich mal, wirklich nicht so crazy, wie es manche vielleicht erwarten. Aber ich weiß, ich war in dem Moment, also ich war so, so happy. Ich hätte eigentlich heulen können, aber ich war auch so überfordert mit der Nachricht. Deswegen ist meine Reaktion einfach so, wie sie letztendlich war. Eine Woche später, am 06.10. kam dann die offizielle Mail von dem ProSieben-Team mit der Beglückwunschung, hey, du bist dabei, herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme. Da wurde es dann langsam schon ein bisschen realer, aber immer noch nicht ganz real, wenn ihr wisst, was ich meine. Und in der Zwischenzeit gab es dann überwiegend Papierkram wie Telefonvereinbarungen und Verträge zu unterschreiben. Und sonst gab es auch ein Gespräch mit dem ProSieben-Team, so, wo geht es überhaupt hin, worauf müsst ihr achten, was müsst ihr mitnehmen und etc. Da wurde uns dann auch zum ersten Mal gesagt, hey, es geht nach Griechenland, was eh schon crazy ist. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf zurück. Am 27.10. kam dann die Mail mit meinen Reisedaten, also wann, wo und wie. Der Abflug war am 1. November und meine Abflugzeit war um 8.49 Uhr und das Ziel war, wie schon gesagt, Griechenland, Athen. Der Dreh hat ja zu Hochzeiten Coronas eigentlich stattgefunden, das heißt, wir mussten davor natürlich auch jeder PCR-Test regelmäßig machen etc. Und da ging dann das Desaster langsam schon los, weil ich ab, ja, paar Tage vor dem 1. November, also eigentlich fast ab dem 27.10. wahrscheinlich, gemerkt habe, dass ich krank werde. Und zwar nicht nur so ein bisschen krank, nicht nur so ein bisschen schnupfen, Nase zu oder husten oder so, sondern wirklich alles auf einmal. Und ich war auch wirklich noch nie so krank in meinem Leben wie in diesem Zeitraum. Also mir ging es wirklich noch nie so beschissen wie zu der Zeit, als es nach Athen gehen sollte. Dann habe ich das der zuständigen Person bei ProSieben natürlich mitgeteilt und dann wurde mein Flug um einen Tag verschoben. Und zwar auf den 2. November um 11.05 Uhr, weil ich mir dachte, auf einen Tag gesund werden, das ist doch gar kein Problem. Ich bin dann am 2. November total krank in den Flieger gestiegen und ich hatte auch gar keine Stimme mehr. Das war echt crazy, das hatte ich auch noch nie. Also meine Stimme war wirklich komplett weg. Wenn ich sprechen wollte, dann war das nur so ein Krächzen, wenn überhaupt, weil es kam ja eigentlich gar nichts raus. Und ich dachte mir ja trotzdem so, ja komm, das geht schon, wann hat man sonst nochmal so eine Chance? Und ja, hätte ich es besser wissen müssen? Ja, hätte ich. Aber ihr könnt mir auch nicht sagen, dass wenn ihr in meiner Position gewesen wärt, mit so einer Chance, dass ihr dann gesagt hättet, hey, nee, ich fliege nicht, weil ich mich krank fühle, weil ich krank bin oder so. Also ihr müsst mal daran denken, das ist doch so eine Traumvorstellung, auch für viele Mädels, dass man so sagt, hey, ich bin einfach bei Germany's Next Topmodel dabei. Also koste es, was es wolle. Ich mache da mit, ich fliege da hin und ich mache dieses und jenes so. Aber ja, hätte ich es besser wissen müssen? Ja. Letztendlich bin ich dann im Hotel angekommen und ich hatte immer noch keine Stimme und Halsschmerzen des Todes und ich habe mich einfach nur dreckig gefühlt. und das war der Ausblick aus dem Hotel. Ja, war alles wirklich super, super schön, war auch voll das schöne Hotel und voll das schöne Hotelzimmer so, aber ja, mir ging es halt einfach beschissen. Wie ich anfangs auch erzählt habe, habe ich mit der Paulina ja Kontakt gehalten und wir haben auch davor die ganze Zeit immer so geschrieben so, oh mein Gott, wir sind beide dabei und ah, wie cool und ja, was packst du ein und ja, und dieses und jedes so. Das war einfach richtig, richtig cool. Und wir haben dann natürlich auch vor Ort viel geschrieben, weil wir waren ja beide oder eigentlich alle Mädels im gleichen Hotel, aber wir durften unsere Hotelzimmer nicht verlassen, weil es war natürlich Corona. Es wurden jeden Tag Corona-Tests auch gemacht. und ja, man war eigentlich sozusagen isoliert von alles und jedem und sollte dann, ich glaube, es waren drei oder vier Tage im Hotelzimmer bleiben. In der Zeit habe ich auf jeden Fall viel mit der Paulina geschrieben. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen entertaint, würde ich mal behaupten. Und es war halt einfach schön zu wissen, dass da wirklich gerade jemand auch in der 1 zu 1 gleichen Situation ist, also jetzt abgesehen von dem Kranksein so, aber mit Aufregung, Nervosität, so diese Ungewissheit, was als nächstes kommt, so das war einfach, ja, es war einfach schön, dass man da wirklich jemanden hatte. Und dann ging es noch weiter bergab. Nicht wundern, ich werde jetzt auch ein bisschen mehr ablesen, weil ich mir ja auch ein paar zusammenhängende Texte geschrieben habe, einfach nur aus dem Grund, dass es so viel Input ist und ich nicht weiß, wie ich das alles aus meinem Stehgreif raus in wirklich Texte oder Sätze setzen soll. Merkt man, oder? Meine Gesundheit hat sich in Griechenland rapide verschlechtert und ich musste letztendlich fragen, ob mir diejenigen, die sich um uns gekümmert haben, also Verpflegung und so weiter, mir einen Arzt besorgen können. Und ich muss ehrlich sagen, das mit dem Arzt hat schon ein bisschen gedauert, aber ja, keine Ahnung, das ist ja eigentlich auch nicht normal, dass man einen Arzt braucht, whatever. Der Arzt ist dann auf jeden Fall ein paar Stunden später gekommen und als er dann da war, hat er mich untersucht, Corona-Tests gemacht und das Team von GNTM war auch mit im Zimmer. Und zum Besprechen der Ergebnisse sind dann der Arzt und das Team aus dem Zimmer rausgegangen und ich saß dann halt erstmal so da, so nach dem Motto, ja und jetzt, weil ich hatte halt keine Ahnung. Der Arzt hat mit mir nur gebrochenes Englisch reden können beziehungsweise ich glaube, der Arzt hat gar nicht mit mir Englisch geredet, sondern da war noch einer dabei, ein Assistent oder so, der hat mir das alles übersetzt. Aber letztendlich wurde mir nie wirklich gesagt, so was ich habe oder was man dagegen machen kann oder was auch immer so. Also ich war komplett im Ungewissen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam sie dann wieder rein und ja, das ist so ein Moment gewesen, den werde ich nie in meinem ganzen Leben vergessen. und ja, mir wurde halt gesagt, ich müsste jetzt nach Hause fliegen und zwar wirklich, das war ein Tag vor Drehbeginn. Ich schwöre es euch, das war einen Tag vor Drehbeginn. Die kamen rein und haben mir gesagt, hey, deine Reise ist jetzt hier vorbei, du musst jetzt wieder nach Hause fliegen. So, du kannst nicht mitmachen. Der Arzt hat gesagt, du bist ansteckend. Und klar, ja, es macht ja keinen Sinn, wenn ich dann da mitmache und letztendlich alle Mädels anstecke. Es macht alles voll Sinn, aber ihr müsst euch vorstellen, in dem Moment war das echt wie als wäre für mich so eine Welt zerbrochen beziehungsweise ich wollte eigentlich gar nicht weinen. Auf jeden Fall, es hat sich halt so angefühlt, wie als ob mir unter meinen Händen oder so oder aus meinen Händen so ein Traum rausgerissen wurde, weil man stellt sich natürlich trotzdem vor, wie das dann ist. Einfach, wenn man da dabei ist, stellt man sich natürlich vor, hey, ich habe dann diese Erlebnisse und jene Erlebnisse und ich bin zumindest so jemand, ich dachte mir dann halt auch so die Zeit danach, oh mein Gott, das wird so cool und dann werde ich vielleicht auf Events eingeladen und so und das, keine Ahnung, ich weiß, das sind alles nicht so wichtige Sachen, aber wenn euch von einer Sekunde auf die anderen so das alles weggenommen wird, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber wenn von einer auf die anderen Sekunde das Ganze sich nochmal so ändert, also das, ja. Wie man merkt, nimmt mich das nach wie vor mit, also es ist jetzt schon zwei Jahre fast her, aber dadurch, dass man natürlich trotzdem dann auch von der Staffel, bei der man dabei gewesen wäre, immer wieder so TikToks oder Instagram-Posts oder Nachrichten oder was auch immer bekommt, was bei GNTM gerade abgeht, dann, keine Ahnung, was soll man da anderes machen, als sich denken so, Alter, das hätte ich sein können, so, also es soll sich nicht so kacke anhören, aber letztendlich war das dann voll das Problem für mich, einfach über dieses Was-wäre-wenn hinwegzukommen, aber das ist jetzt so voll philosophisch und ich mache jetzt weiter mit den Facts. Mein Freund und Paulina waren wahrscheinlich die ersten beiden, denen ich überhaupt gesagt habe, hey, ich fliege jetzt doch nach Hause und ich habe auch gleich meinen Freund angerufen und ich habe danach auch mit der Paulina noch telefoniert und wir haben einfach beide geweint, also es war, es war einfach voll schade und ich habe auch noch eine Memo von unmittelbar, nachdem das halt passiert ist, die ich der Paulina geschickt habe und ich habe mir die auch jetzt, also ich habe mir die nie angehört danach, aber ich spiele jetzt einfach mal ab. So, keine Ahnung, ich habe, ich bin mir so sehr nicht gesagt, und ich habe jetzt in diesem Moment, scheißegal, ob ich dabei bin oder nicht, weil jetzt gerade bin ich einfach nur nach Hause. Oh Gott, ey. Und ich habe jetzt so viel nur noch gesagt, dass ich auf jeden Fall dieses Antibiotika will. Und wenn es ja möglich ist, haben also heute noch, obviously, und dass ich einfach so bald wie möglich jetzt nach Hause will, keine Ahnung, ich bin jetzt fertig mit dieser ganzen Geschichte hier, ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin psychisch und auch gesundheitlich einfach komplett am Ende. Ihr konntet offensichtlich meine Stimme gerade hören und so habe ich mich wirklich die ganze Zeit angehört und das war gerade noch gut, weil ich versucht habe, wirklich Töne auch rauszubringen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich habe in der Memo auch von einem Antibiotika geredet, weil mir gesagt wurde, dass der Arzt mir ein Antibiotikum geben möchte, aber dass man das von der Apotheke holen muss. Und ich habe auch gesagt, ich hätte das gerne heute oder morgen. Ich habe das Antibiotikum letztendlich nie bekommen, aber ja. Ich habe eine wichtige Sache vergessen und das ist ein persönliches Dankeschön an die Paulina, dass ich überhaupt sie in dem Video erwähnen durfte und dass sie mir einfach immer bezüglich diesen Themas zur Seite gestanden hat, egal wie oft sie sich von mir irgendwelche folgenden Memos anhören musste. Und ich denke, das war einfach richtig gut, in so einer Zeit jemanden zu haben, der in gewisser Weise nachvollziehen kann, wie das ist. Und deswegen auch nochmal ein Danke an die Paulina. Letztendlich hat meine Story also damit geendet, dass ich mich am 4. November um 8.30 Uhr in das Flugzeug zurück nach München gesetzt habe und ich war einfach nur todeskrank und fertig von der ganzen Erfahrung. So schnell, sage ich mal, wie meine Reise angefangen hat, hat sie dann auch wieder aufgehört. Und ich weiß noch damals, als ich gesagt bekommen habe, ich bin dabei, da wollte ich es wirklich jedem sagen. Ich hätte es am liebsten der ganzen Welt gesagt, weil ich so, so glücklich war. Und das war einfach schon ein traumatisches Erlebnis, muss ich sagen. Weil, ja, wie kommt man auch mit so einer Sache wirklich zurecht? Ich weiß es selber nicht. Ich habe es bis heute noch nicht richtig verarbeitet. So bin ich auch ganz ehrlich, weil es ist einfach schwer, über so etwas hinwegzukommen. Und ja, es sind nicht die wichtigen Dinge im Leben. Es gibt viel wichtigere Sachen, wie zum Beispiel Gesundheit. Das habe ich natürlich auch danach gemerkt. Ich würde auch nie wieder meine Gesundheit aufs Spiel setzen für sowas. Sag ich zumindest jetzt, aber who knows? Aber, ja, keine Ahnung, wie verarbeitet man sowas? Ich weiß es nicht. Die Zeit unmittelbar, nachdem ich nach Hause gekommen bin, war auf jeden Fall auch eine schwere Zeit. Also vor allem so ein, zwei Monate. Da war ich natürlich voll traurig. Das war einfach so ein richtiges Tief, in dem ich drin war. Und ich war auch noch einen Monat krank. Also ich habe echt vier Wochen oder so gebraucht, um mich überhaupt von der Krankheit selber zu erholen. Und das war einfach mental eine richtig krasse Challenge. Falls ihr euch fragt, ob ich mich nochmal beworben habe, ja, habe ich. Und zwar ein Jahr drauf für die 18. Staffel. Ich muss aber auch ehrlich sagen, da habe ich mir nicht wirklich so viel Mühe gegeben. Ich hatte nicht so viel Elan. Ich hatte das einfach da noch nicht verarbeitet. Ganz einfach. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen so das Mindset, so nach dem Motto, ja, die haben mich schon einmal eingeladen. Dann laden sie mich vielleicht wahrscheinlich auch nochmal ein. So voll abgehobene Einstellung. Ist eine beschissene Einstellung, sage ich so, wie es ist. Aber das war halt damals meine Einstellung. Ich wurde natürlich nicht mal zum Casting oder so eingeladen. Also was heißt nicht mal. Es gibt bestimmt viele Mädels, die sich bewerben und dann auch keine Antwort zurückkriegen. So, das ist einfach, es ist halt normal, sage ich mal, in dem Business. Dadurch, dass ich halt damals schon die Antwort zurückbekommen habe, bin ich einfach davon ausgegangen, so ey, safe. So, aber nein, das war halt einfach so nicht. Und meine Ausstrahlung in dem Video war auch komplett scheiße. Und ja, falls ihr euch fragt, ob ich mich nochmal bewerben würde, weil alle guten Dinge sind ja drei. Nein, würde ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil es mir jetzt gerade einfach nicht in meine Lebenssituation passt. Ich will einfach mal eine Sache zu Ende machen. Und zwar ist es jetzt mein Studium. Ich bin jetzt im zweiten Semester und ich will nicht mein Studium unterbrechen müssen, weil ich irgendwelchen Träumen hinterherlaufen will. So, hört sich doof an. Klar soll man seine Träume schon verwirklichen wollen. So, aber ich muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Was das Modeln angeht, ja, ich model immer noch und ich arbeite nebenberuflich als Model und ich mache das voll gerne. Ich habe auch meine Agenturen so. Ich bin eigentlich ganz happy, was das angeht. Und ich sage es euch aber, wie es ist. Germany's Next Topmodel wäre ein geiler Push gewesen. Und der Hauptgrund, warum ich mich beworben habe, war nicht des Modelns wegen, sondern eigentlich eher, dass man halt, wenn man bei GNTM war, automatisch Influencer ist, mehr oder weniger. Und ich denke auch, dass das der Beweggrund vieler heutzutage ist, die sich dort bewerben. Also es gibt bestimmt auch viele, die einfach nur das Modeln feiern. So, das ist ja auch kein Stress so. Aber ich wollte halt das Influencer-Dasein haben. Letztendlich würde ich sagen, es ist gut, wie es ist. Vielleicht war das ja ein Zeichen vom Universum, das ich nicht damit machen soll, weil, wie schon gesagt, war noch nie so krank in meinem ganzen Leben. Und falls ihr immer noch zuschaut, dann, ja, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu Tode gelangweilt. Und ja, danke.